Willkommen zu Monis magischen Adventszeit und Türchen Nummer 20. In diesem Türchen geht es wieder um das wunderschöne Schloss. Ist euch aufgefallen, dass das Schloss von unten nach oben heller gestrichen ist, bedeutet unten ist es ein dunkleres rosa und nach oben hin wird es heller. Damit sieht es größer aus von Weitem. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020